Mario, du hast es geschafft! Endlich bin ich wieder frei! Ich danke dir, ich danke dir vielmals! Ja, Prinzessin, du bist frei. Der Albtraum ist vorüber. Oh, ich bin so erleichtert! Ja, ja. Wie wär's mit einem Kuss? Was? Wie wär's mit einem Kuss, hä? W-Warum sollte ich? Warum du... Ich hab dir das Leben gerettet. Ja, aber ich kenne dich nicht mal. Ich bin dein Retter. Ja, aber du denkst das. W-Was für ein Samariter bist du? Rettest mich nur, damit du mich küssen kannst? Verflucht, ich verlange nicht, dass du mir einen bläst. Ich will nur einen Kuss. Weißt du, was ich durchmachen musste? Oh, auf ein paar Pilze gesprungen. Ich bin beeindruckt. Wer wurde denn hier von Pilzen gefangen genommen? Wie konnte das überhaupt passieren? Dreht sich nicht alles um, das stimmt nicht. Du wurdest von etwas gefangen, das auf Salat rumläuft. Also das ist was ganz anderes. Übrigens... Übrigens... Ich bin nicht einfach auf ein paar Pilze gesprungen. Ich musste auch über diese Schildkrötenpanzer und es war wirklich sehr heiß. Und die einzige Hilfe, die ich mal hatte, war, dass ab und an ein goldener Stern über mir erschien, welchen ich anfasste und dann machte es... Und das half ein wenig. Ging ein bisschen besser. Aber es war so heiß. Es war alles so heiß. Ich küsse dich nicht. Gut, scheiß drauf, wie du willst. Hey Bowser, sie gehört dir.